Hi Leute und willkommen zurück zu Nelokuni 2. Im letzten Part haben wir unsere Stadt erweitert und haben auch unser Schiff erweitert. Mit dem können wir jetzt anscheinend auf Wasser springen und wollen über einen riesigen Meeresgraben springen, um nach Mechbaum zu kommen. Und das werden wir dann jetzt ausprobieren, wie das funktioniert. Und schauen. Oh, es ist scheinbar egal, ob man dort, dort oder dort rüber springt. Okay, ist echt komischer Graben, wenn der wirklich so von den Kontinents so durchgeht. Oh man, es ist wirklich ein einiges schneller, wenn man... Einen Kieselstein mitten auf dem Wasser, ich glaube es auch. Okay, das sieht aber auch cool aus. Also ich muss nichts drücken, hat da alles von alleine gemacht. Ach, jetzt kann ich mich hier auf der Map of Fighter bewegen. Aufgegen vorher halt nicht. Oh man, es ist schon abonniert. Oh man, musica hier drauf, ist schon drücken. Oh man. Loot! Und hier hört diese Dame einfach so auf, ja? Okay. Hätte mir jetzt natürlich einer gesagt, dass das praktisch geradeaus von unserem Königreich ist, wären wir die andere Strecke gefahren. Aber da ich mit der Karte nicht weiterkam, habe ich das ja nicht gesehen, wo genau hin müssen. Hätte ich mal vier Kieselsteine heben. Das gibt's doch nicht. Ich suche halt immer noch für eine Quest... Was? Und ich find's einfach nicht. Oh, was geht denn hier? Hat er eine Bombe eingeschlagen? Ja. 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 komische wege komische wege das ist die kiste hallo dass mich dahin ja ja also das hier ein weg ist das sehe ich ja noch mit diesem platt getrampelten dass hier einer hochgeht das sehe ich auch noch aber wie kommt man denn da zur kiste soll komplett außen rum laufen und warum sind die mobs hier so hoch da bin ich ja in einem kampf tot ich glaube ich sollte irgendwas um das level 40 rum hier sein was ist denn das diese riesige turm ist mechtbaum so ein land habe ich noch nie gesehen hey hey bald geht's los was geht los das fragst du noch guckst du keine nachrichten der protestmarsch gegen vector beginnt bald was eine demonstration gegen den direktor echt ja ja doch sie versammeln sich auf dem platz vor der fabrik was sagst du sollen wir mal hingehen und uns das ansehen warum nicht eine protest kundgebung bleibt selten friedlich stimmt wir sollten uns das auch ansehen so fort so fort so 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 antibiotic so 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 So? Willkommen zu SWIFT Solutions. Okay, ein paar Sachen hätte ich davon. Okay, wir können auch wieder neue Talente einstellen. Siehst du, jetzt sind auch Leute aus Quastenfloss dabei. Oh, by the way. Also muss man wirklich immer erst eine Stadt abschließen, bevor man da Leute daraus bekommt. Guten Tag. Dieser Lift befindet sich mit der oberen Ebene. Wohin darf ich sie bringen? Sie entspannen hier in einem Garten. So, wir sollen da hinten irgendwo hin. Sozi, es ist Zeit. Ich weiß, wir müssen uns bei allen, die gekommen sind, bedanken. Huh? Wer seid ihr? Ihr seid keine Angestellten, sonst würde ich euch kennen. Hier beginnt gleich eine Demonstration. Verschwindet, liebe. Für Außenseiter kann das gefährlich werden. Wir sind hier, um den Direktor eures Landes zu sprechen. Was hat der ganze Aufstand hier zu bedeuten? Ihr wollt Vector treffen? Da hättet ihr euch wirklich einen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können. Keinen schlechten Zeitpunkt aussuchen können. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Sozi Blackburn. Chefingenieurin von Mechbaum. Ich habe zu dieser Demonstration aufgerufen. Nur so können wir uns Gehör verschaffen. Was ich damit sagen will, nicht einmal ich, eine Angestellte dieses Unternehmens, habe Zugang zu Vector. Oder kann mit ihm sprechen. Aber, seit wir mit der Entwicklung der Abrakali, des Abrakalit Reaktors begonnen haben, hat sich Vector sehr verändert. Für die Fertigstellung des Reaktors riskiert er sogar das Leben seiner Mitarbeiter. Um die 20 Menschen mussten schon ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil sie vor Erschöpfung zusammenbrachen. Wie kann der Anführer eines Landes nur so grausam sein? Sozi. Die Vector kehrt zurück. Es ist soweit. Was ist denn das Ding? Oh, lol. Samtkopf vorne dran, nicht? Es scheint, es sei ein Flugzeug von irgendeinem Form. Oh, schau auf das Gesicht! Wir sind bereit, wenn du bist, Bracken. Sag das Wort. Okay, alle bereit. Danke, Trey. Vielleicht wirst du jetzt hören, Zip. Heute wirst du uns nicht einfach ignorieren können. Seit langem hat der Präsident uns als Schläge gearbeitet, um seinen perpetuellen Reaktor zu eröffnen. Aber wir haben eine Message für ihn. Wir sind nicht deine Schläge, Zip. Das Ding geht doch. Wir sind nicht Schläge, wir sind nicht Schläge. Wir brauchen Arbeitsrecht, wir brauchen fairer Träten. Wir haben es mit dem Arbeitsplatz zu arbeiten. Kein mehr Reaktor, kein mehr Arbeit. Wir sind nicht Schläge, wir sind nicht Schläge. Das sind nicht Schläge. Läge wie ich anfangen werde. Stehenst, ich will ein paar Leute fahren. Was ist das? Lul. Oh! 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 Ehm... Now you see what happens to those who defy me! Mwahaha! Finally decided to make an appearance, huh, Mr. President? What a disappointment to see you leading this ragtag resistance. You know, I expected better of you, Bracken. I expected better of you too. Have you forgotten what we said when we started out? We promised to make the world a better place, remember? And we will! The perpetual fission reactor will change the world forever! And the future will be mine to define! Even if it means trampling over everybody who helped you make it this far? You used to care about us. You used to be a leader people could trust. But that's all gone. When did you get so... Ha! I'm the broken one! Look at yourselves! Stuck in the past, left behind by the march of progress. Ah, da is er schon. Adam It is time. Ha! And aah! Oh, my god. Jason! I had to die too. sąıld�� onto E Hislegen 이거를 War das gerade Hamna? Verdammt, wir sind wieder zu spät. Äh, Sozi, wir müssen weg von hier. Ja, uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Was hast du vor, Koloss? Wer sich mir widersetzt, wird bestraft. Hm, hm. Do you really think you can stop me? Well, let me tell you something, friend. Anybody who stands in my way... Get atomized! Ich dachte schon, wir müssen dagegen kämpfen, Alter. Das wäre nicht gut ausgegangen. Ein Koloss ist verschwunden. Ich hätte nie gedacht, dass ich Mechbaum's Wächter mal mit eigenen Augen sehen würde. Übrigens, wer seid ihr eigentlich, wenn ich fragen darf? Ihr habt gesagt, dass ihr hier seid, um mit Vector zu sprechen. Ich bin Evan, ich bin der König von Minneapolis, einem Land in den Sonnenlanden. Wir sind nach Mechbaum gekommen, um mit diesem Land ein Bündnis einzugehen. Deshalb müssen wir mit Vector sprechen. Ah, sagt bloß, ihr seid aus dem neuen Land, das mit Goldorado und Quastelfloss ein Bündnis eingegangen ist. Und jetzt seid ihr hier, um uns dasselbe anzubieten? Aber wie ihr euch vorhin selbst überzeugen konntet, ist dafür jetzt nicht die Zeit. Hier herrscht das absolute Chaos. Ich sehe, dass alle gechillt rumsitzen. Ja, echtes Chaos. Stimmt, es ist nicht gerade die feine Art, eine Wächter gegen die Bevölkerung aufzuhetzen. Wie gesagt, früher war Vector ganz anders. Er, Suzi und ich haben Mechbaum gemeinsam aufgebaut. Wir verstanden ihn mehr als... Wir verstehen ihn mehr als jeder andere. Doch seit wir mit der Erforschung des Reaktors begonnen haben, hat er sich total verändert. Niemand anderes als Hamna ist verantwortlich für Vectors Veränderung. Hamna? Ein Mann, der sich hinter einer Maske verbirgt und die Wächterbänder der Länder stiehlt. Und als er vorhin auftauchte, hat er Vectors Band an sich gerissen. Er besitzt die Macht, die Dunkelheit in den Herzen mit dem Dämonenhauch zu verstärken. Vermutlich hat er das auch mit Vector gemacht. Hä? Warte mal kurz. Wenn das wahr ist, müssen wir Vector umgehend helfen. Wir werden euch dabei unterstützen. Wir bringen Vector wieder zu Verstand. Nein. Es scheint, dass Vector für lange Zeit dem Dämonenhauch ausgesetzt war. Wir konnten ihre Majestät, die Königin, nachdem sie dem Dämonenhauch ausgesetzt war, nur retten, weil sie sehr große magische Kräfte besitzt. Und wir schnell handelten. Aber was machen wir in einem Fall wie diesem? Entschuldigung? Als ihr alle dieses Land gemeinsam aufgebaut habt? Hm. Ich verstehe, wenn wir ihn dazu bringen, sich an die ganzen guten Zeiten zu erinnern, könnte er als Reaktion vielleicht wieder zur Vernunft kommen. Hm. Eine Erinnerung an früher, da kommt mir nur eines in den Sinn. Vor zehn Jahren, hier in diesem Versteck, nahm alles seinen Anfang. Hier gründeten wir Mechbaum und hier war unser erstes Büro. Da hinten ist das Arbeitszimmer, das wir damals benutzten. Es sieht noch immer so aus wie früher. Wir haben dort an allen möglichen getüftelt. Hm. Mit etwas Glück finden wir also etwas, das uns hilft. Dafür darf ich mir das Arbeitszimmer einmal genauer ansehen. Aha. Wirklich mit dem Mechbaum von heute ist es geradezu winzig. Doch das hier sind Mechbaumswurzeln. Da fällt mir ein, Vector hat doch damals bei jeder Gelegenheit Videos aufgenommen. Er sagte mir, er wollte etwas für die Nachwelt hinterlassen. Es war auch Vectors Idee, das alles hier so zu erhalten. Wir sollten uns auf ewig an diesen Tag unsere gemeinsamen Errungenschaften erinnern können. Hm. Scheint ihr ein rechtschaffender Typ zu sein. Okay, wir teilen uns auf, suchen nach allem, was uns eventuell weiterhelfen kann. Jetzt verarschen sie mich. Was gibt es das zu durchsuchen? Das hast du vom Boden aufgehoben. Oh wow. Das ist ziemlich, das ist ein ziemlich altes Memorack. Das wurde bestimmt hier vergessen. Oh. Ein Memorack. Lass mal eine geringe Menge Magie durch den Hartkristall fließen. Kann man darauf Daten dauerhaft speichern. Bestrahlt durch eine Prismalinse erscheint die Aufnahme vor einem. Ähm, etwas banaler ausgedrückt, ist dies ein Gerät, mit dem man gespeicherte Aufnahmen ansehen kann. Also da drin sind Aufnahmen gespeichert wollen, wie sie wir die mal ansehen. Aha. Warum nicht, lass uns einen Blick riskieren. Hey, Bracken? Die Technologie, die wir hier heute gebaut haben, wird ein besseres Demorack für alle machen. Ich auch. Wow. Eine Erinnerung aus besseren Zeiten. Ja. Ja. Hey, das passt doch perfekt, oder nicht? Wenn Vector das sieht, erinnert er sich bestimmt zurück. Ha. So eine Aufnahme ist definitiv überzeugender als bloße Worte. Aber nur diese eine allein wird wohl eher nicht ausreichen. So, hier gibt es noch andere Memoracks, die uns helfen könnten. Hm. Alle Memoracks, die nicht zum Profit des Unternehmens beitragen, wurden auf Befehlvektors leider entsorgt. Aber in der Datenbank sind vier mit dem Status verbleibend, verbleib unbekannt, registriert, inklusive dem gerade gefundenen. Es gibt also noch drei weitere, die der Entsorgung entkommen sind. Wir müssen sie noch irgendwo eingemottet umliegen. Wenn wir diese Memoracks finden und Vector zeigen, können wir ihnen vielleicht sein altes Licht zurückgeben. Aber ob die wohl so einfach zu finden sind? Ich weiß nicht, ob wir sie alle finden können, aber die Suche ist es auf jeden Fall wert. Wenn es diese Memoracks noch geben sollte, dann sind sie höchstwahrscheinlich dort, wo die meisten Angestellten arbeiten, in der Fabrik. Alles klar, dann lass uns doch in die Fabrik nach... in der Fabrik nach hinsuchen. Ich bin euch wirklich dankbar für eure Hilfe. Okay. Ausgetauscht. Ach guck, du hast wie der andere Hämmer und Äxte, hast aber auch eine Pistole anstatt einen Bogen. Und auch richtig starke Sachen. Okay. Gehen wir dir noch einen Nahkampffring und... Ein Abwehrtalisman. Okay, und dann... Suchen wir im nächsten Part weiter. Ich werde da schon mal hingehen bis zur Fabrik. Ciao, Leute.